Die zwölf Monate nach einem russischen Märchenspiel von Samuel Marschak Es herrschte eine reglose Stille über der einsamen Lichtung im Winterwald. Frisch gefallener Schnee lag überall in weißen, welligen Wehen herum und bedeckte Bäume und Sträucher mit flauschigen Mützen. Doch so verlassen, wie es schien, war der Wald gar nicht. Ein einsamer Wolf durchstreifte ihn auf der Suche nach Nahrung. »Wenn man so hinblickt,« sprach der Wolf, »scheint niemand im Walde zu sein. Alles ist leer, tot. Aber mich täuscht man nicht. Sie sind hier, ich wittere es. Der Hase ist hier, das Eichhörnchen in der Höhle, der Rabe auf dem Ast und das Rebhuhn hinter der Schneewehe. »Uuuuuh, könnt sie allesamt mit Haut und Haar auffressen!« Doch der Rabe lachte nur über den Wolf. Er solle nicht so ein vorlautes Mundwerk haben. »Außerdem,« meinte der Rabe, »der Wolf solle sich lieber in Acht nehmen. Er sehe nämlich einen Soldaten mit einem Gewehr des Weges kommen. »Dein Gekrächze langweilt mich,« sagte darauf der Wolf und lief schnell davon. Da die Gefahr nun vorüber war, kamen die anderen Tiere auf die Lichtung, ein Hase und zwei Eichhörnchen. Sie spielten Feuerfangen miteinander, und so bemerkten sie nicht, dass ein junges Mädchen auf die Lichtung kam und sie beobachtete. Das Spiel der kleinen Tierchen war so niedlich, dass das Mädchen zu lachen anfing. »Ach, ich kann nicht mehr,« rief es, »zum Tod lachen, mir wurde selbst bei dieser Kälte heiß.« Und das Mädchen lachte immer weiter. Da kam ein alter Soldat auf die Lichtung. Er hatte eine Axt und einen Schlütten bei sich. »Guten Morgen, schönes Mädchen. Worüber freust du dich denn so sehr? Hast du etwa einen Schatz gefunden oder eine gute Nachricht erhalten?« fragte der Soldat das junge Mädchen. Endlich hörte es mit dem Lachen auf und erzählte dem Soldaten, wie sie die Tierchenhardt Feuerfangenspielen sehen und dass sie sie sogar verstehen konnte. Der Soldat machte ein nachdenkliches Gesicht. »Na, Sie glauben es mir nicht,« sagte das Mädchen zum Soldaten. Doch dieser erwiderte, »wieso nicht? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das alte Jahr geht zu Ende, das neue beginnt. Und ich hörte schon von meinem Großvater, sein Großvater hätte ihm erzählt, dass an einem solchen Tag alles Mögliche passieren könne. Man müsse bloß gut aufpassen und die Augen aufhaben. Dass Eichhörnchen und Hasen miteinander spielen, nun, das ist noch gar nichts. Am Neujahrstag passieren ganz andere Dinge. Was denn zum Beispiel?« wollte das Mädchen wissen. Untergeschickt wurde, Reisig zu sammeln und Holz zu hacken. »Ach so«, sprach der Soldat, »du bist also eine Weise. Darum also sieht auch deine Montur so ausgedient aus. Der Wind fallt wohl durch alle Löcher darin, wie? »Nun, ich werde dir behilflich sein, nachher schaffe ich dann auch meine Sachen.« Und in Windeseile hatten die beiden den Schlitten des Mädchen mit Reisig beladen. »Und was haben Sie nun vor?«, fragte das Mädchen den Soldaten. Der erzählte ihr, dass er im Wald die schönste Tanne fällen solle, für die Königin in ihrem Schloss. Sie hätte morgen Gäste, na, und die sollten staunen über die Tanne. Und weiter erzählte er ihr, wie prächtig die Tanne geschmückt werden würde. Das junge Mädchen wollte mehr wissen, und so erzählte der alte Soldat ihr, dass die Königin noch ein Mädchen war, nicht viel älter als das junge Mädchen selbst, und dass sie auch ein Waisenkind sei, da ihre Eltern bereits verstorben waren. Dem jungen Mädchen tat die Königin leid. Sie hatte niemanden, der ihr etwas Vernünftiges beibringen konnte. Der Soldat musste sich nun beeilen. Die Königin ließe nämlich nicht mit sich spaßen. Da der Soldat dem jungen Mädchen so fleißig geholfen hatte und auch sonst so freundlich zu ihm war, sprach sie, »Nun will ich Ihnen eine Tanne zeigen. Vielleicht ist sie das, was Sie gerade suchen. So eine herrliche Tanne, ein Zweig schöner als der andere.« Der Soldat war einverstanden. »Gut, zeig sie mal. Du scheinst hier im Walde zu Hause zu sein. Nicht umsonst spielen die Hasen und die Eichhörnchen Feuerfangen in deiner Gegenwart.« Sie ließen ihre Schlütten stehen und zogen los zu der Tanne, welche das Mädchen meinte. Das war eine prächtige Tanne. Der alte Soldat und das junge Mädchen machten sich sofort an die Arbeit. In der Zwischenzeit kamen zwei alte Greise auf die Lichtung. Es waren zwei Brüder, der Dezember und der Januar. Sie unterhielten sich eine Weile über die Tiere des Waldes, ob ordentlich Schnee lag, ob alle Seen gefroren sind. Denn schließlich würde der Januar in dieser Nacht das Zepter übernehmen. Sie wollten gerade mit den Vorbereitungen für das Neujahrsfest beginnen und dazu einen heftigen Schneesturm herbeirufen. Dieser sollte sie vor den Augen der Menschen verbergen. Doch da entdeckten sie die Schlütten des jungen Mädchens und des Soldaten. Und so beschlossen sie, erst einmal einen sachten Schneesturm herbeizurufen, damit die Menschen im Wald nach Hause gingen. Schon kamen der Soldat und das junge Mädchen mit der prächtigen Tanne zur Lichtung zurück und bluten sie auf den Schlütten des Soldaten. »So, fertig«, meinte der alte Soldat. »Und nun vorwärts, marsch nach Hause. Ich gehe voran und du trittst in meine Fußstapfen. So wirst du es leichter haben. Gehen wir also.« Doch als sie losgingen, zuckte das Mädchen plötzlich zusammen. »Was hast du denn?«, fragte der Soldat. »Schauen Sie doch mal hin, da, hinter jenen Kiefern. Da stehen zwei Greise in weißen Pelzmänteln.« Aber der Soldat sah niemanden. Der Dezember und der Januar hatten sich schnell hinter den Bäumen versteckt. Und so zogen der Soldat und das junge Mädchen los nach Hause. Die beiden Monate aber riefen ihre restlichen Brüder herbei, verteilten die Aufgaben zur Vorbereitung des Festes und entfachten einen Schneesturm, das niemand mehr in den Wald sich traute. Während der alte Soldat und das junge Mädchen auf dem Weg nach Hause waren, beschäftigte sich die Königin mit Schreibarbeiten. Sie hatte ein herrlich ausgestattetes Schulzimmer in ihrem Schloss, mit einer Schultafel in einem prächtigen Goldrahmen, einer Schulbank aus Rosenholz, einer langen Goldfeder zum Schreiben. Ein richtiger Professor unterrichtete die 14-jährige Königin in allen wichtigen Dingen, welche sie zum Regieren so brauchte. Lesen und Schreiben, Rechnen und vieles mehr. Doch die Königin war keine so gute Schülerin. Sie hatte keine Lust zum Schreiben. Und da sie ja die Königin war, so schrieb sie nur das, was sie wollte. Da trat der Kanzler ins Schulzimmer und bat die Königin, eine Entscheidung auf ein Gesuch zu schreiben. Was sie denn schreiben solle, wollte die Königin wissen. Der Kanzler antwortete ihr, eins von beiden Majestät, entweder bestrafen oder begnadigen. Die Königin überlegte, begnadigen, bestrafen. Ich schreibe lieber Köpfen, das ist kürzer. Der Kanzler nahm das Papier, verneigte sich und verließ das Zimmer. Der Professor stellte der Königin nun Rechenaufgaben, doch sie hatte keine Lust mehr und beendete den Unterricht. Schließlich sei sie ja die Königin und alle hätten ihr zu gehorchen, auch der Professor. Sie könne ihn hinrichten lassen, sogar heute noch, wenn sie es wolle, sprach sie zu ihm. Als der Professor fragte, womit er den Zorn ihrer Majestät verdient habe, antwortete sie ihm, Nun, wie soll ich es ihnen sagen? Sie sind ein sehr eigensinniger Mensch. Was ich auch immer sage, stets erklären sie falsch. Was immer ich schreibe, stets heißt es so nicht. Ich aber liebe es nicht, wenn man mit mir nicht einverstanden ist. Der Professor, um sein Leben bangend, versprach der Königin nicht mehr mit ihr zu streiten. Schön, meinte diese darauf, dann wollen wir unsere Stunde fortsetzen. Fragen Sie mich etwas. Der Professor stellte wieder Rechenaufgaben, welche die Königin falsch beantwortete. Doch aus Furcht gab er ihr jedes Mal recht. Nach ein paar Aufgaben wollte die Königin lieber, dass der Professor ihr etwas Interessantes erzählen solle, etwas, das mit Neujahr zu tun habe. Und so begann der Professor über das Jahr und die zwölf Monate zu erzählen. Er zählte sie alle auf und erklärte weiter, dass, sobald ein Monat zu Ende sei, sofort der nächste beginnen würde und dass sie alle in einer bestimmten Reihenfolge im Jahr kämen. Und es wäre noch nie vorgekommen, dass der Februar vor dem Januar begonnen hätte oder der September vor dem August. Wenn es aber nun mein Wille ist, dass der April schon jetzt beginnt, fragte die Königin den Professor. Dieser antwortete, dass das unmöglich sei und dass nicht er ihrer Majestät widerspreche, sondern die Wissenschaft und die Natur selbst. Doch der Königin war das egal. »Papa la Papp«, antwortete sie, »und wenn ich ein Gesetz erlasse und mein Großsiegel darauf drücke?« Wieder versuchte der Professor der Königin zu erklären, »dass man den Kalender nicht einfach ändern könne. Außerdem würde ja jeder Monat seine Geschenke und Freuden bringen. Im Januar und Februar das Schlittschuhlaufen, im März das Tauwetter, im April die Schneeglöckchen.« Weiter kam der Professor nicht. »Es ist mein Wille, dass wir jetzt schon April haben«, unterbrach ihn die Königin. »Ich mag Schneeglöckchen sehr gern. Ich habe sie noch nie gesehen.« Der Professor erklärte ihr, »dass sie sich noch drei Monate, also neunzig Tage gedulden müsse bis zum April.« Doch die Königin wollte davon nichts hören. Sie ließ nach ihrem Kanzler rufen, und der Professor musste in der Zeit einen Erlass schreiben. Die Königin diktierte ihm. »Die Bäume schlagen aus, die liebe Sonne lacht, und in unseren königlichen Gärten entfalten sich die Frühlingsblumen.« Dieserhalb befehlen wir allergnädigst, zum Neujahrsfest einen Korb voll Schneeglöckchen ins königliche Schloss zu liefern. »Ihn, der unseren allerhöchsten Willen erfüllt, werden wir königlich belohnen. Wir werden ihm so viel Gold geben, wie sein Korb fast. Wir werden ihm einen mit grauen Fuchs besetzten Samtmantel schenken und die Erlaubnis erteilen, an unserer königlichen Galaprozession anlässlich des Neujahrsfestes teilzunehmen.« Die Königin unterschrieb den Erlass und übergab ihn dem herbeigeeilten Kanzler. »Drücken Sie das Siegel drauf,« sprach sie zu ihm, »und sorgen Sie dafür, dass mein Erlass allen Residenzbewohnern zur Kenntnis gebracht wird.« Der Kanzler überflog den Erlass und antwortete, »Darauf? Das Siegel drücken? Wie Sie wünschen, Majestät!« »Ja, ja, ich wünsche es,« meinte die Königin schnippisch, »und Sie haben meinen Wunsch auszuführen.« Mit einer Verbeugung verließ der Kanzler das Schulzimmer, um den Befehl der Königin auszuführen. Sogleich wurden Herolde ausgeschickt, um den Erlass zu verkünden. So hörten auch die Stiefmutter und die Stiefschwester des jungen Mädchen von dem Erlass. Während draußen der Schneesturm tobte, war es in der Stube des kleinen Häuschen behaglich warm. Die Alte rollte den Teig, um Pasteten zu backen, während die Stiefschwester jeden Korb im Haus prüfte, wie viel Gold wohl in ihn hineinpassen würde, und was man sich davon alles kaufen könne. Aber wo sollten Sie die Schneeglöckchen hernehmen? Und ohne Schneeglöckchen gab es auch kein Gold. Die beiden jammerten und überlegten, und schlussendlich beschlossen sie, das junge Mädchen in den Wald zu schicken, um Schneeglöckchen zu suchen. Und sollte sie dabei erfrieren, so wäre es ihnen auch egal. So hartherzig waren die beiden gegen das arme Mädchen. Voller Ungeduld erwarteten sie das junge Mädchen aus dem Wald zurück. Als sie endlich die Stube betrat, verlangte die Stiefmutter, sie solle sich sofort wieder auf den Weg in den Wald machen, Schneeglöckchen zu suchen. Das junge Mädchen meinte erst, sie mache einen Scherz, aber die Alte befahl, das Tuch um den Kopf, den Korb in die Hand und Marsch in den Wald. Und merke dir nur, wenn ich erfahre, dass du bei den Nachbarn herumgesessen hast, kommst du mir nicht mehr ins Haus, meinetwegen kannst du draußen erfrieren. Und die Stiefschwester fügte hinzu, geh und komm ja nicht ohne Schneeglöckchen zurück. Und mit diesen Worten jagten sie das junge Mädchen aus dem Haus. Was sollte das arme Ding tun? Es war so kalt im Wald. Das junge Mädchen bahnte sich einen Weg durch die hohen Schneewehen, höhlte sich fester in das zerrissene Tuch und hauchte die erfrorenen Hände an. Es war ganz allein im Wald. Nicht einmal die Tiere waren bei diesem Schneesturm unterwegs. Oder doch? Plötzlich hörte das Mädchen ein Geräusch. War das etwa ein Wolf? Schnell kletterte es auf einen Baum und ließ sich in seiner Gabelung nieder. Und tatsächlich, ein großer grauer Wolf näherte sich dem Baum. Ich wittere Menschenfleisch, sprach er. Das gibt einen Neujahrsbraten ein festliches Mal. Doch der Rabe, welcher auch in der Nähe war, meinte, der Wolf solle lieber aufpassen. Es wären überall Fallen in den Sträuchern. Und wieder lief der Wolf davon zurück in den Wald. Krach, krach, krächzte da der Rabe. Der Graupelz hat Reiß ausgenommen. Alt ist der Wolf, doch ich bin älter. Schlau ist er auch, doch ich bin schlauer. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich diesen Grauschwanz überliste. Du aber, meine Schöne, sprach er zu dem jungen Mädchengewand, wach auf, es ist nicht gut, bei Frost zu schlafen. Kannst noch erfrieren. Was? Wie bitte? Wer hat das gesagt? Wer ist hier? Wer? fragte das junge Mädchen erschrocken. Doch es sah niemanden. Ach, ich habe bestimmt geträumt, sagte sie sich. Ja, sie hatte geträumt, von ihrer lieben Mutter. Sie wäre zu ihr gekommen mit einer Lampe in der Hand und das Licht schien ihr in die Augen. Ein schöner Traum war das gewesen und als sie sich von ihrem Baum aus so umsah, entdeckte sie in der Ferne ein Licht. Wer mag das sein? fragte sie sich und schon kletterte sie vom Baum hinab und lief dem Licht entgegen. Sie bewegte sich nur mit Mühe vorwärts, im Schnee versinkend und über den Windbruch und die gefällten Stämme kletternd. Je näher sie kam, umso heller wurde das Licht und sie spürte sogar einen warmen Rauch. Sollte es etwa ein Lagerfeuer sein? Immer weiter ging das junge Mädchen, indem sie die dichten Zweige der hohen Tannen auseinanderschob und emporhob. Immer heller wurde es ringsum. Rötliche Reflexe huschten über den Schnee und die Tannenäste. Auf einmal öffnete sich vor ihr eine kleine runde Waldlichtung, in deren Mitte ein großes Lagerfeuer hell loderte. Rings um das Lagerfeuer saßen Leute, zwölf an der Zahl, drei Greise, drei ältere Männer, drei jüngere Männer und noch drei ganz blutjunge Kerlchen. Die Jüngeren saßen dicht am Feuer, die Greise und älteren Männer etwas abseits. Sie alle trugen verschiedenfarbige Pelze und Mützen. Das junge Mädchen blieb stehen und lauschte dem Gesang der Männer. Brenne, brenne heller und der Lenz kommt schneller, Sommer wird dann heißer und der Winter weißer. Brenne, brenne heller und erlisch nicht schnelle. Brenne mit Geknister, dass im Waldes düster nach des Winters strenge Bärengebs in Menge, dass der Bienen süße voll aus Stöcken fließe, dass das Korn gelinde rauschen mag im Winde. Brenne, brenne heller und erlisch nicht schnelle. Schließlich fasste sich das junge Mädchen ein Herz und trat langsam hinter den Bäumen hervor. Die zwölf Bruder verstummten und blickten sie an. Guten Abend, sprach das junge Mädchen und verneigte sich vor den Männern zum Gruße. Der Januar erwiderte, sei auch du gegrüßt, mein Kind. Wenn ich euch bei der Unterhaltung nicht störe, gestattet mir, mich am Feuer zu wärmen, bat das junge Mädchen und die Brüder gestatteten es ihr. Da trat sie an das Feuer heran und wärmte sich. Ach, tat das gut! Die Wärme ging ihr bis ins Herz. Als sie sich genug aufgewärmt hatte, bedankte sie sich artig bei den Brüdern. Der Januar sah ihren Korb und fragte sie, ob sie etwa zu neuer Tannenzapfen sammeln wolle, und das ausgerechnet bei diesem Schneesturm. Doch sie erwiderte ihm, sie sei nicht freiwillig hier, die Stiefmutter hätte sie geschickt nach Schneeglöckchen. Da sprach der März zum April, hast du gehört, Bruder, nach Schneeglöckchen, sie ist also dein Gast, so empfange sie denn, wie es sich gehört. Die Brüder mussten lachen ob der Rede des März, doch dem jungen Mädchen war nicht zum Lachen zumute. Sie erklärte ihnen, dass sie nicht ohne Schneeglöckchen nach Hause kommen dürfe, dass die Königin demjenigen, der ihr einen Korb vollbringen würde, einen Korb voll Gold versprochen habe. Schlimm, schlimm, mein liebes Mädchen, sprach der Januar zu ihr. Es ist jetzt nicht die richtige Zeit für Schneeglöckchen. Du musst den Monat April abwarten. Ich weiß es wohl, Großväterchen, antwortete sie ihm. Was bleibt mir aber übrig? Nun, vielen Dank für die Wärme und für die freundliche Aufnahme. Sollte ich euch gestört haben, seid mir deswegen nicht böse. Sie nahm ihren Korb und wollte wieder in den Wald zurückgehen. Warte mal, mein Mädchen, nur nicht so eilig, rief ihr der April nach. Er ging zum Januar und sprach zu ihm, Bruder Januar, überlass mir für eine Stunde deinen Platz. Der Januar hatte nichts dagegen, jedoch kämen erst der Februar und der März an die Reihe. Doch beide waren einverstanden, ihrem Bruder den Vortritt zu lassen. Darauf schlug der Januar mit seinem Eisstab auf den Boden. Im Wald wurde es auf einmal still. Der Schneesturm hatte aufgehört und am Himmel zeigten sich die Sterne. Nun übergab er den Stab an den Februar. Dieser schlug ihn ebenfalls auf den Boden. Darauf erhob sich ein Wind. Ein Schneesturm fegte in Wirbeln über die Waldlichtung. Nun war der März dran. Doch als dieser den Eisstab berührte, verwandelte er sich in einen mit Knospen übersehten großen grünen Zweig. Auch der März schlug den Stab auf den Boden. Überall wurde der Schnee lockerer und dunkler. Tauwetter setzte ein. Nun, jetzt nimm du den Stab, April, sprach der März zu seinem Bruder. Als dieser den Stab nahm, entfalteten sich darauf junge grüne Blätter. Der April schlug den Stab auf den Boden. Im Walde und auf der Lichtung verwandelte sich alles. Der letzte Schnee taute. Auf den Erdhügeln unter den Bäumen zeigten sich hellblaue und weiße Blüten. Überall tropfte und plätscherte es. Das junge Mädchen war starr vor Staunen. »Was stehst du da?« rief ihr der April zu. »Beeile dich! Meine Brüder haben uns beiden nur ein einziges Stündlein geschenkt.« Das Mädchen konnte es immer noch nicht glauben. Doch der April drängte sie zur Eile. »Lauf nur schnell in den Wald und sammle deine Schneeglöckchen. Sonst kommt der Winter zurück und du stehst immer noch mit deinem leeren Korb da.« »Ich laufe schon, ich laufe!« antwortete sie ihm und verschwand hinter den Bäumen. Während das Mädchen Schneeglöckchen pflückte, unterhielten sich die Brüder über sie. Jeder Einzelne konnte nur Gutes über sie berichten. Und da sie so ein gutes Mädchen war, wollte der April ihr seinen Trauring schinken, denn er wollte sich am liebsten nie wieder von ihr trennen. Die anderen Brüder waren einverstanden. »Tu es nur!« sprach der Januar. »Jung gefreit, nie geräut!« Da kam das junge Mädchen auch schon aus dem Wald zurück auf die Lichtung. Ihr Korb war über und über mit Schneeglöckchen gefüllt. Es berichtete den zwölf Monaten voller Freude, wie viel Blumen sie gesehen hat und wie schön die Schneeglöckchen seien. »Vielen, vielen Dank, liebe Gastgeber, für eure Güte!« sprach sie zum Januar. »Wenn ihr nicht gewesen wäret, nimmermehr würde ich der Sonne Licht erblicken, noch die Schneeglöckchen im Frühling. Solange ich auf Erden lebe, werde ich euch dankbar bleiben.« Und damit verneigte sie sich vor ihm. Doch der Januar antwortete ihr, »Nicht mir hast du zu danken. Bedanke dich bei meinem jüngeren Bruder, dem Monat April.« »Er hat für dich ein gutes Wort eingelegt. Er war es auch, der die Blümlein unter dem Schnee hervorkommen ließ.« Da wandte sich das junge Mädchen an den April und dankte ihm sehr herzlich. »Schon immer bist du mir lieb gewesen«, sprach sie zu ihm. »Jetzt aber, wo ich dir ins Antlitz geschaut habe, werde ich dich nimmermehr vergessen.« Der April freute sich sehr über ihre Worte. Und damit sie ihn auch wirklich nicht vergesse, so gab er ihr seinen Ring. Wenn sie ihn sich ansehe, so solle sie an ihn denken. Sollte dir was zustoßen, sprach er weiter, so wirf ihn auf die Erde, ins Wasser oder in die Schneebehe und sprich. »Rolle, Rolle, Ringlein mein, auf des Frühlings Stufen drein, in des Sommers Flur hinein, in des Herbstes Kämmerlein, auf des Winters Teppich dann, komm ans Neujahrsfeuer ran.« Gleich eilen wir dir zur Hilfe, alle zwölf auf einmal wie ein Mann, mit Sturm und Blitzen, mit Frost und Hitze. Sie solle den Ring gut behüten und sich den Spruch gut merken. Und das junge Mädchen versprach es. Nun trat er ja nur noch einmal an das junge Mädchen heran. Sie dürfe unter gar keinen Umständen auch nur einer Menschenseele von den Geschehnissen in dieser Nacht erzählen. Und auch den Weg zu der Lichtung dürfe sie niemandem zeigen. »Lieber lasse ich mich töten, als dass ich ihn zeige«, versprach sie ihm. Da war der Januar zufrieden und schickte sie auf den Heimweg, solange der Schneesturm noch nicht wütete. »Lebt wohl, ihr Brüder Monate«, rief das junge Mädchen zum Abschied. »Lebt wohl, liebe Schwesterlein«, riefen ihr die Monate zurück. Der Januar bat den Gefahrt am Mond, er möge dem Mädchen den Heimweg leuchten. Und als sie zu Hause angekommen war, gab der April den Stab wieder an den Januar zurück und der Winter hielt wieder Einzug mit Schnee und Frost und ein gewaltiger Schneesturm fegte über das Land. Die Stiefmutter und die Stiefschwester staunten nicht schlecht, als sie den Korb mit den Schneeglöckchen sahen. Das junge Mädchen aber war so erschöpft, dass sie gleich zu Bett ging und tief und fest einschlief. Die Stiefschwester wollte sie wecken, doch da entdeckte sie, dass das junge Mädchen etwas in der Hand hielt. Sie öffnete ihr vorsichtig die Faust und fand den Ring, welchen sie sogleich an sich nahm. Dann füllten die Stiefmutter und die Stiefschwester einen großen Korb mit Erde und legten die Schneeglöckchen hinein. So sah er voller aus und sie hofften, so auch mehr Gold zu bekommen. In der Zwischenzeit erwachte das junge Mädchen und begann sofort ihren Ring zu suchen. Sie fragte auch die Stiefmutter und die Stiefschwester, aber beide behaupteten, den Ring nie gesehen zu haben. Ach, was war das arme Mädchen unglücklich über den Verlust? Aber was sollte sie machen? Die Stiefmutter und die Stiefschwester verhöhnten sie noch wegen des Ringes und begaben sich dann mit den Schneeglöckchen zum Schloss der Königin. Das junge Mädchen aber setzte sich ans Feuer im Ofen und gedachte wehmütig der zwölf Monate. Im königlichen Schloss war alles für das Neujahrsfest vorbereitet. In der Mitte des Thronsaals stand die hohe Tanne und war prächtig geschmückt. Es drängten sich viele Gäste in Galakleidung in Erwartung der Königin im Saal. Als diese den Saal betrat, spielte die Kapelle einen Tusch und alle im Saal riefen der Königin zu, frohes glückliches Neujahr, Majestät. Aber die Königin sprach, vielen Dank für die Glückwünsche, aber neuer haben wir noch nicht. Und sie erklärte allen Anwesenden, dass der Dezember erst enden würde, wenn man ihr einen Kopf für Schneeglöckchen bringen würde. Da gingen die Türflügel weit auf, eine ganze Prozession von Gärtnern mit Körben, Vasen und Blumensträußen betrat den Saal. War das eine Pracht! Die Königin wollte wissen, welches denn die Schneeglöckchen seien, doch es waren keine dabei. Vor Wut wollte sie den Obergärtner köpfen lassen, doch dieser meinte, Schneeglöckchen wachsen nur im Wald, deshalb sei nicht er zuständig, sondern der Oberfürster. Ausgezeichnet, meinte darauf die Königin, bringt man mir keine Schneeglöckchen, so lasse ich sie beide köpfen. Kanzler, lassen Sie das Urteil ausfertigen. Noch während der Kanzler den Befehl ausführte, öffnete sich die Saaltür und ein Offizier der Leibwache trat ein. Ihm folgten die Stiefmutter und die Stieftochter mit dem Korb in der Hand. Die Königin war hoch erfreut, als sie vernahm, dass tatsächlich jemand ihr Schneeglöckchen gebracht hatte. Das sind also Schneeglöckchen, sprach sie und betrachtete entzückt die Blumen. Voller Freude verteilte sie die Schneeglöckchen an alle Anwesenden. Nun konnte das neue Jahr beginnen und die Königin nahm voller Freude die Neujahrswünsche entgegen. Auch die Stiefmutter und die Stieftochter gratulierten der Königin zum neuen Jahr. Bevor die beiden die versprochene Belohnung erhalten würden, sollten sie der Königin allerdings verraten, wo sie die Schneeglöckchen gefunden hätten. Und so behauptete die Stiefmutter, dass sie die Blumen im tiefen Wald bei einem See rund wie ein Teller gefunden hätten. Dort würden nicht nur viele wunderbare Blumen wachsen, sondern auch Beeren, Nüsse und vieles mehr. Die Königin war begeistert. Die beiden sollten sofort losziehen und ihr von den Beeren und Nüssen bringen. Und damit sie nicht erfrieren würden auf dem Weg, sollte man ihnen Pelze geben. Da erschraken die beiden, denn sie hatten sich die ganze Geschichte ja nur ausgedacht. Aber wie erschraken sie erst, als die Königin ihre Meinung änderte. Sie wollte selbst in den Wald fahren, um die Blumen, Beeren und Nüsse zu sehen und alle Höflinge sollten sie begleiten. Die Stiefmutter und die Stieftochter sollten ihr den Weg zeigen. Nun war guter Rat teuer. Zuerst versuchten sie, die Königin davon zu überzeugen, die Reise in den Wald wäre zu beschwerlich. Doch das ließ die Königin nicht gelten. Nun wollten sie ihr weismachen, dass der See mittlerweile zugeschneit sei und alles verschwunden wäre. Doch die Königin durchschaute dieses Spiel und drohte den beiden, sie in Ketten zu legen, wenn sie nicht die Wahrheit sagen würden. Und so musste die Stiefmutter gestehen, dass nicht sie beide, sondern ihre Stieftochter, das junge Mädchen, die Schneeglöckchen gebracht habe. Nun befahl die Königin den beiden, sie sollten mit dem jungen Mädchen in den Wald kommen, damit das Mädchen ihr zeigen könne, wo sie die Schneeglöckchen gefunden hatte. Sie selbst wollte mit ihrem Gefolge vorfahren. Die beiden Lügnerinnen aber sollten von vier Leibgardisten bewacht werden, damit sie sich nicht auf- und davonmachen konnten. Nach einiger Zeit kam die Königin im Wald an einen See. Dies müsse die Stelle sein, wo die Schneeglöckchen gefunden wurden, dachte sie, und befahl den Soldaten, den Schnee wegzuräumen. Die Soldaten schaufelten immer schneller, kamen ins Schwitzen und zogen ihre Mäntel aus, während die Königin immer mehr froher. Der Professor erklärte ihr, dass das Schneeschaufeln den Kreislauf anrege und der Körper davon warm werden würde. Das wollte die Königin auch ausprobieren und tatsächlich, sie fing an, beim Graben zu schwitzen. Aber schon nach kurzer Zeit hatte sie keine Lust mehr, weiter zu graben. Wo nur die beiden mit dem jungen Mädchen bleiben, fragte sie sich voller Ungeduld. Endlich kam der Schlütten mit den Dreien. Die Königin war hoch erfreut, das junge Mädchen zu sehen. Sie überhäufte sie mit Geschenken, doch das junge Mädchen wehrte die Geschenke ab. Es brauche nur einen einzigen Ring, doch den, sagte das Mädchen, hätten ihr die Stiefmutter und die Stiefschwester weggenommen. Diese bestritten das natürlich, doch das junge Mädchen ließ sich nicht beirren. Da befahl die Königin den beiden, ihr den Ring zu geben. Sollten sie sich weigern, würde es ihnen schlecht ergehen. Da gab die Stieftochter den Ring an die Königin. Das junge Mädchen erkannte ihn auch gleich wieder und streckte die Hand nach ihm aus. Aber die Königin sprach, den Ring sollst du haben, aber erst musst du mir sagen, wo du die Schneeglöckchen gefunden hast. Doch das Mädchen weigerte sich. Die Königin versuchte es mit gut Zureden, aber es half nicht. Dann versuchte es die Königin mit Drohungen, doch auch das half ihr nicht. Das junge Mädchen war nicht bereit, das Geheimnis preiszugeben. Schließlich ließ die Königin dem jungen Mädchen den Pelz und das Tuch wegnehmen, doch es sagte kein Wort. Der alte Soldat, dem sie am Vortag die schöne Tanne gezeigt hatte, hatte Mitleid mit ihr und legte ihr heimlich seinen Mantel um. Als das die Königin bemerkte, wurde sie richtig wütend. Du gibst ihm sofort den Mantel zurück, schrie sie das Mädchen an und sagst uns, wo die Schneeglöckchen sind. Sagst du es endlich? Nein? So schau mal her. Hier ist dein Ring. Du wirst ihn nie mehr haben. Gleich werfe ich ihn ins Wasser, ins Eisloch. Es ist dir leid um ihn? Mir ebenfalls, aber ich kann nichts dafür. Sprich also. Eins, zwei, drei. Mein Ringlein, schluchzte das junge Mädchen. Doch noch hatte die Königin ihn in der Hand. Noch einmal versuchte die Königin, das junge Mädchen mit Geschenken zu locken. Vergeblich. Und so warf die Königin den Ring auf den See, so dass er in Richtung des Eislochs rollte. Das junge Mädchen stürzte zum See und rief, Rolle, Rolle, Ringlein mein, auf des Frühlings Stufen drein, in des Sommers Flur hinein, in des Herbstes Kämmerlein, auf des Winters Teppich dann, komm ans Neujahrsfeuer ran. Kaum hatte sie den Spruch aufgesagt, da erhob sich ein Schneesturm und die Schneeflocken wirbelten nur so herum. Die Königin, die Höflinge, die Stiefmutter und die Stieftochter, die Soldaten, alle versuchten ihre Köpfe in den Pelzen zu verstecken. Es war, als ob alle Wintermonate auf einmal tobten. Ein Schneewirbel erfasste das junge Mädchen und trug es davon. Die Königin und alle anderen wurden herumgewirbelt, doch plötzlich legte sich der Sturm. Es wurde hell und sonnig. Vöglein zwitscherten, alle hoben die Köpfe und sahen sich verwundert um. Der Frühling ist gekommen, rief die Königin. Unmöglich, meinte der Professor. Doch tatsächlich, die Blätter wurden grün und auf der Wiese wuchsten auf einmal Schneeglöckchen. Beim Pflücken der Blumen bemerkte die Königin plötzlich, dass das junge Mädchen verschwunden war. Aber, so meinte sie, nun brauche sie sie ja nicht mehr, sie hätte ja nun ihre Schneeglöckchen gefunden. In der Zwischenzeit war auch das Eis auf dem See gebrochen und die Hofmeisterin drohte zu ertrinken. Die Königin lachte, während der Chef der Leibgarde die Hofmeisterin rettete. Als sich die Königin wieder den Schneeglöckchen zuwenden wollten, waren diese verschwunden. Dafür wuchsen nun die verschiedensten Beeren an den Sträuchern. Während alle noch staunten, wurde es immer heißer und man hörte die Bienen und Hummeln summen. Es wurde so unerträglich heiß, dass alle ihre Pelze beiseite legten und nach Wasser verlangten. In dem Moment fing es an zu regnen. Ein richtiger Platzregen war das. Die Blätter der Bäume und Sträucher flogen herum. Es war ein richtiger Herbststurm. Der Sturm ließ so heftig, dass er die abgelegten Pelze emporhob und davontrug. Die Königin gab Befehl, man solle sie auf ihr Schloss fahren. Doch das war nicht möglich. Man war ja mit den Schlitten gefahren. Doch nun waren die Wege aufgeweicht vom Regen. Da war eine Fahrt mit den Schlitten unmöglich. Man konnte also nur zu Pferde zurückkehren. Der Chef der Leibgarde, der Kanzler, ja alle Höflinge nahmen sich ein Pferd und ritten davon. Zurück blieben nur die Königin und der Professor, die Stiefmutter und die Stieftochter, sowie der alte Soldat. Oh, war die Königin wütend auf ihre Höflinge, wenn sie erst mal wieder in ihrem Schlosse sei, dann würden Köpfe rollen, schrie sie den Ausreißern hinterher. Doch niemanden interessierten ihre Boote. Allmählich hörte der Regen auf und es fing an zu schneien. Die Königin fing mächtig an zu frieren, doch es waren keine Pelze mehr da. Der Herbstwind hatte sie ja davon getragen. Lassen Sie den Schlitten kommen, sprach die Königin zu dem alten Soldaten. Jetzt haben wir wieder Winter, wir können also mit dem Schlitten fahren. Der Soldat ging fort und kam mit einem Schlitten zurück, allerdings ohne Pferde. Die Höflinge waren ja mit diesen davongeritten. Immer kälter wurde es und es würde bestimmt nicht mehr lange dauern und alle fünf würden erfroren sein. Plötzlich betrat ein hochgewachsener Kreis die Lichtung. Es war der Januar. Was hat euch hierher geführt, wollte er wissen. Und da berichteten die Königin und der Professor, warum sie gekommen waren und auch, warum sie nicht wieder nach Hause fahren konnten. Die Königin versprach, den Kreisreich zu beschenken, wenn er sie nach Hause brächte. Aber der Januar wehrte ab. Er brauche keine Geschenke. Er wolle lieber sie beschenken und fragte, was ich jeder Einzelne von ihnen wünsche. Ich wünsche mir nur das eine, bald in meinem Schloss zu sein. Wer aber sollte den Schlütten ziehen, fragte die Königin. Es wird sich schon jemand finden, antwortete der Januar. Ich möchte nur alles wieder auf seinem richtigen Platz und zu seiner richtigen Zeit haben, sprach der Professor, den Winter zur Winterzeit, den Sommer zur Sommerzeit und uns bei uns zu Hause. Du wirst deinen Wunsch erfüllt sehen, gab ihm der Januar zur Antwort. Und du, Soldat? Was braucht unser Einer schon viel, höchstens mich am Feuer aufzuwärmen, das reicht mir, mich friert nämlich entsetzlich. Du sollst dich aufwärmen, sagte der Januar zu ihm. Ein Lagerfeuer brennt hier in der Nähe. Nun war die Reihe an der Stiefmutter. Doch bevor sie etwas sagen konnte, wünschte sich die Stieftochter Pelze für beide, und wenn es Hundepelze wären. Die Stiefmutter schimpfte mit ihrer Tochter wegen des Wunsches, aber gesagt war gesagt. Sie nahmen die Pelze und zogen sie an, nicht ohne sich gegenseitig anzukeifen. Das Keifen ging allmählich in Bällen über. Ja, die beiden hatten sich in Hunde verwandelt. Der alte Soldat spannte die beiden Hunde vor den Schlütten, und der Januar wies ihm den Weg zum Lagerfeuer. Da habt ihr eure neue Schlüttenfahrt, sagte er. Fahr auf das Feuer zu. Dort kannst du dich schön aufwärmen. Das Lagerfeuer, auf das der alte Soldat zufuhr, war kein geringeres als das Feuer der zwölf Monate. Sie hatten durch den Wind das junge Mädchen zu sich geholt, und so saß sie mit allen zwölf Brüdern am Lagerfeuer, und einer nach dem anderen war frei sich hinein, auch das junge Mädchen. Sie freute sich, wieder von den Brüdern gerettet worden zu sein, aber gleichzeitig schämte sie sich auch, da sie ihren Ring verloren hatte. Doch der April sprach zu ihr, »Verloren? Was habe ich in der Hand? Rate mal!« »Sollte es möglich sein,« rief das Mädchen, »den Ring?« Und genau so war es. Hätte sie das Geheimnis verraten, so hätte sie weder den Ring noch die Brüder je wieder zu sehen bekommen. Von nun an aber solle es ihr gut gehen. Der Januar meinte zu ihr, dass auch die Stiefmutter und die Stiefschwester ihr nichts Böses mehr tun könnten. Ab nun würden die Monate bei ihr zu Gast sein, einer nach dem anderen, und jeder mit seinem Geschenk. Und damit sie in der Neujahrsnacht nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehrt, gaben sie ihr eine große Truhe mit den schönsten Pelzen, Kleidern und Schuhen. Sogleich probierte sie die Sachen an. Sie sah prächtig darin aus. Damit das junge Mädchen alles nach Hause bringen konnte, gaben ihr die zwölf Monate noch einen prachtvollen Schlütten und kräftige Pferde mit Schellengeläutert zu. Der Schlütten war kaum beladen, da hörten sie in der Ferne Hundegebell. Auch Stimmen waren zu vernehmen. Das junge Mädchen erkannte sie sofort. Es waren die Stimmen der Königin, des Professors sowie des guten alten Soldaten. Woher aber die Hunde kamen, das konnte sie sich nicht erklären. Endlich war der Schlütten am Lagerfeuer angekommen. Der alte Soldat grüßte freundlich und bat, sich am Feuer wärmen zu dürfen. Doch zuvor half er der Königin und dem Professor aus dem Schlütten, damit sie sich ebenfalls am Feuer aufwärmen konnten. Dort wurden alle drei von dem jungen Mädchen begrüßt. Wie staunten sie, als sie sie wieder erkannten. Selbst die beiden Hunde blieben vor Staunen auf den Hinterbeinen stehen. Schauen Sie nur, Professor, sagte die Königin, das ist ja das Mädchen, das die Schneeglöckchen gefunden hat. Aber sie sieht auf einmal so vornehm aus. Der alte Soldat bestätigte der Königin, dass es sich um eben jenes Mädchen handele. Und zu dem Mädchen gewandt, meinte er, sie sähe aus wie eine Königin. Dies hörte die echte Königin natürlich nicht so gern, aber der Soldat konnte sie wieder besänftigen. Dann sah er den prächtigen Schlütten mit den mächtigen Pferden, und als er erfuhr, dass alles dem jungen Mädchen gehörte, so freute er sich um so mehr für sie. Die beiden Hunde stürzten sich auf die Pferde und kläfften sie an. Der Soldat aber zügelte sie und berichtete dem jungen Mädchen, was sich zugetragen habe, dass die beiden Hunde ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwester seien. Das junge Mädchen war sehr bestürzt darüber, aber der Januar versicherte ihr, wenn sie nach drei Jahren zahmer geworden sind, dann sollen sie wieder ihre menschliche Gestalt zurück erhalten. Und wenn nicht, dann vielleicht nach sechs oder neun Jahren. Da sich nun alle aufgewärmt hatten, meinte der Januar, es wäre an der Zeit, dass sich die Gäste auf den Heimweg machten. Der helle Mond würde ihnen den Weg weisen, aber sie müssten sich beeilen. Der Soldat meinte daraufhin, dass man mit den Hunden als Pferden nur schwerlich vorankommen würde und ob man nicht mit der Kutsche mitfahren könne. Doch der Januar antwortete, so bittet doch die Besitzerin, vielleicht bringt sie euch nach Hause. Der Soldat wollte schon der Aufforderung nachkommen, aber die Königin verwehrte sich dagegen. Also musste der Soldat wohl wieder die Hunde einspannen, doch die versteckten sich hinter dem jungen Mädchen. »Majestät«, sprach darauf der Professor, »der Weg ins Schloss ist weit, wir werden erfrieren.« Doch die Königin hatte noch nie um etwas gebeten. Sie konnte nur befehlen, schließlich war sie ja eine Königin. Die Monate waren darüber sehr verwundert. Sie fragten den Professor, warum er ihr etwas so Wichtiges nicht beigebracht habe. Doch der Professor wies alles schuldvoll an sich. Die Königin würde ja nur lernen, wozu sie Lust hätte. Doch die Königin meinte dazu, heute hätte sie so viel dazugelernt, wie in den letzten drei Jahren nicht. Also sprach sie zu dem jungen Mädchen, »Höre mal, liebes Mädchen, bringe mich bitte mit deinem Schlitten nach Hause. Ich werde dich dafür königlich belohnen.« Doch das Mädchen meinte, »es brauche nichts, sie hätte alles.« »Sehen Sie, sie will nicht«, sprach darauf die Königin zu den Monaten. Doch der Februar meinte, »vielleicht habe sie ja nicht richtig darum gebeten.« Da mischte sich der alte Soldat ein. Er gab der Königin zu verstehen, dass man bei einer Bitte keine Versprechungen macht. Sie hätte einfach sagen sollen, »Bringe mich bitte nach Hause, sei so freundlich.« Die Königin dachte kurz nach und verstand. »Bringe uns bitte nach Hause, wir sind ganz durchgefroren«, bat sie nun. Und das junge Mädchen erwiderte, »Aber gern, natürlich, ich werde Ihnen gleich einen Pelz geben, und auch Ihrem Lehrer und dem Soldaten. Es sind viele in meiner Truhe.« Schon wollte die Königin dem jungen Mädchen wieder eine Belohnung versprechen, doch der Professor konnte sie noch rechtzeitig mahnen. Alle zogen sich ihre Pelze an und bestiegen die Kutsche. Der alte Soldat aber nahm auf dem Kutschbock Platz. Es musste ja jemand die Kutsche lenken. »Lebt wohl, Brüder Monate, ich werde Euch nie vergessen«, rief das junge Mädchen zum Abschied. »Ich auch nicht«, meinte die Königin. »Verbleiben Sie gesund, meine lieben Gastgeber«, verabschiedete sich der alte Soldat. »Gute Reise, gute Fahrt«, wünschten die zwölf Monate. Und schon setzte sich der Schlitten in Gang, und die Hunde liefen bellend hinterdrein. Das junge Mädchen blickte sich noch einmal um und rief, »Lebt wohl, Monat April«, und er rief ihr winkend zu, »Lebt wohl, Liebste, erwarte meinen Besuch, ich komme bald.« Schon kurz darauf war der Schlitten in der Ferne verschwunden, und auch das Schellengeläut war verstummt. Im Wald kehrte wieder Ruhe ein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, »Lebt wohl, Malat April«, »Lebt wohl, Malat April«, »Lebt wohl, Malat April«, »Lebt wohl, Vielen Dank.